Dann bitte recht freundlich, ihr werdet gefilmt. Äh. Ajo. Äh. Ich beanspruche hier mit die Rechte sämtlicher Abbilder meines Sounds sowie meiner virtuellen Person, dass diese nicht ohne Übereinstimmung von mir veröffentlicht werden dürfen. Ja, aber kein Problem. Lade ich eh nicht öffentlich hoch. Lade ich nicht privaten hochladen. Boah, es leckt nicht mehr. Es leckt nicht mehr. Angriff. Darf ich Marcel in den Hintern schießen? Nein. Schade. Der Himmel brennt Ah ne, scheiße, ich singe es lieber nicht Spät würde ich sagen Hm? Ist schon zu spät Ah man, nix Das schneide ich raus Ein bisschen Contenance jetzt bitte, ne? Ich höre ein Zombie Weg Zombie Ich muss noch was, Alter ist ein Hase, der macht Geräusche Ich muss nur kurz Einstellungen machen Hinter uns ist ein Zombie Oh, ich hack ihn Der Zombie-Killer, yeah Ich kenne mir das Schrot drauf gepumpt Das glaube ich, wenn tausend Leute hergekommen war Ja klar Ich habe beide die gleiche tofe Idee gehabt Genau Tobi, kommst du ins Game? Mein Jedi-Meister redet nicht mehr mit uns Hau Grün muted sein Mikro Noch ein Zombie im Marsell Walte deines Amtes Was? Was war das so? Ja, das kann man ankennen, wann ich mich müjte Ja Hä? Nichts, nichts Er hat den Voice Check probiert Das war nicht gebraucht. Das sah wieder sehr gut aus. Oh, hier ist ne Pumpe. Aua. Was hast du gesagt? Ich hab Gefühle. Das ist mein Haus. Mein Haus, mein Zombie, mein M4 oder was? Wie seid ihr? Da. So, bei deinem Server? Ja. Wir warten ja auf dich. Auf mich? Ja. Stell dir vor. Atemanheiten draufhauen. Wir machten sich deine Dose auf. Old Brass. Ne, von der Flasche Cola. Achso. Die erstmal gebackene Bohnen. Ah! Scheiße. Cola ist eigentlich ne gute Idee. Hände hoch. Wo ist denn Surrendern? Da war's. Kein Surrendern. Für die Hände in deinem Kopf, verdammt. Ja, da musst du da auf den Boden. Dich hinhocken. Ja, aber auf mich stehen die Hände. Meine Mütze hab ich jetzt wieder, die ich vorhin gefunden hab. Wo bist denn du gerade? In den Lagerhallen kurz vor dem Hafen da, wo es Richtung Wack geht glaube ich. Bei diesem Silo. Ich weiß, wir sind hinter ihm. Aber ich muss dir noch ne Cola holen. Das ist ne Armer. Kann mal jemand neben mich schießen? Wieso? Mit ne... Ah, verkackter Dreckszombie ey. Da war ne Banane. Die sah gut aus. Aber ich hab nichts zum Schlagen. Ring, 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 ring. Warum bist du so schnell? Achso, ja! Ah! Formel 1. Aber jetzt wo ich meine Grafik-Einstellung umgestellt hab, wenn ich jetzt schnell laufe, ist das leicht verschwommen. Obwohl es mir gesundheitlich noch gut geht, also... Hast du Post-Processing ausge... oder an? Oh, da vorne sind 3 Zombies. Post-Processing sollte man ausmachen, Rotation Blur auch. Macht's eklig. Nicht vor meinen Waffen laufen. Ich mag doch gar nicht. Luft anhalten... Wie sind denn da? Drei Stück? Ja... LOL! Ich hab irgendein Metall gefunden. Was ist da? Ich weiß nur, dass die Automatik ist. Ich verarschen. Wie ist denn du hin? Wett, du schießt ja nach Aserbaidschan. Darf ich mit der Pumpe? Dann geh ich aber meilenweit weg. Die ist so ungenau, ey. Ich weiß nicht, ob es da in den Silence liegt, weil der ganz schön kaputt ist. Nee. Äh, Marcel? Äh! Schieß auf was? Schieß es! Schieß es kaputt! Diese verdammte Scheißviech! Hab ich mich erschrocken, ey! Was ist denn hier alles leer? Ey, das ist doch zum Kotzen. Es läuft ja schon wieder dauerhaft langsam. Ich hasse das. Warte mal, da vorne läuft doch was. Zombies. Zombies. Da läuft ein Spieler! Hahahaha! Don't fire! Don't fire! Hahahaha! 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 Wer war das denn jetzt? Das ist grün! Er hat sich im T.S. gemutet und sprich in die Frache. Also Dimitri, geil. Ist das cool. Grün, links von dir. Ist das geil. Marcel, geh in Deckung. Scheiße, jetzt macht er nichts bei mir. So, ich bin jetzt an der Tankstelle. Hast du auf den Typen geschossen? Alter, wann machst du da jetzt? Echt zum Kotzen, ist alles leer geplündert, ey. Ich glaube, das ist nicht auf dem Server. BAN! LOL. Alter, da vibriert mein Joypad. Ich bitte Pumpe schieße. Was oben auf dem Rechner liegt. Cool. Aber hat er jetzt auf den Spieler geschossen, oder was? Ja, aber die M4 ist so scheiß ungenau. Ab 100 Meter. Vielleicht kriegen wir ja noch einen geholt. Der steht da nur dumm rum. Das ist so krank. Das ist so krank, der Kär. Das ist so krank, der Kär. Because of these, I have to take you under arrest. I have to take you under arrest. This was not nice, Alex. Stop. Da muss ich jetzt ja das Urteil ausziehen. Stop. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Stop. Du bist. Du bist. Den kriege ich. Den kriege ich. Den kriege ich. Der blutet da voll sich hin Da ausgeloggt im Meer Im Meer ausgeloggt Oh er hat sich hingelegt Ah er hat sich hingelegt Ja jetzt schrumpft er Geh mal weg Marcel Ich glaube er ist tot Ne Ne Why did you not comply with the NATO droop? Why did you not comply motherfucker? Why did you not comply? I fucking fucked your fucking parents motherfucker You did not comply with the UN troops The UN troops are your friend Kommt da irgendwas? Seine ganze scheiß Klamotten sind im Arsch Ah ich bin im Boden Alter ich bin echt rum Fuck Pack deinen hier rum Sag mal Tobi hast du die Schüsse gehört? Von wem? Ich mein Tobi van Canovi Achso Ne Wir haben abgemacht jeden nen Tobi van Canovi Tobi und dich nenn ich Toy Entschuldigung Verzeih mir Mein Truppführer Okay Ich bin mal schrumpft er Why did you not comply? Why did you not comply? Okay Jetzt brauche ich Munition Ich habe fast ein ganzes Meckler geschossen Bist du noch am Hafen? Ich? Ja? Muni Kiste auf Boden Muni Kiste auf Boden Achtung Ne ich bin ähm Ich muss erstmal mein T-Shirt ausziehen Ich muss wieder raus Wir sind hier kurz vorm Hafen Das war ja grade bestimmt selber Hast du gestorben von so nem komischen Russen? Nein Er liegt da im Wasser zu bluten wie so ein Springbrunnen Und jetzt Oh meine Muni Kiste ist da Hey Wuhuu Oh die Schachteln sehen jetzt anders aus von ner 762 Muni Die sind jetzt silber Oh was Grün soll ich dir mal übrigens was sagen? Was denn? Das habe ich alles grade aufgenommen ne? Ach nö Ich guck mir das heute Abend irgendwann nochmal an Muss ich das einmal rendern oder mach ich da mal so ein schönes Blast off irgendwann zusammen? Alter Was hast du denn alles an Munition da drinne ey? Ich wundere mich grad auch Das ist wenig, zwei mal mehr Man muss aufm Knie kaum bereit sein, Jungs Ich habe mein T-Shirt ausgezogen, weil ich es zerreißen wollte, weil ich meine Blutung stoppen will Und jetzt spawnt das nicht wieder ey, das ist doch nicht wahr, was ist denn los mit meinem Spiel? Es ist normal, dass es braucht zum spawnen War nicht so lang Oh, jetzt ist meine Waffe mittlerweile worn Hupala Aber mein ersten Leben war ich das T-Shirt auch verloren Ich bin elendiges Verblutzen nach dem Faustkampf Hupala 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 Darf ich den Kayo machen? Nein Dann nimm die Waffe runter Ich würde eigentlich gerne looten, aber das Wasser ist hier gebackt Kann man irgendwie nicht schwimmen Das geile war, dass er sich in Wasser hinlegen wollte In Wasser hinlegen? Unsterblich Müsste eigentlich immer noch funktionieren Dürf gerne versuchen auf mich zu schießen Also wo bist du jetzt? Ich? Ja An der Fabrik bin ich Ah ok Kommen wir auch mal her Da kommen wir ja auch gleich an irgendwas Welche? Welche Fabrik? Die Fabrik halt Bei dem Hafengelände Links habe ich glaube ich gerade irgendwas gehört Ich gehe da mal hin Ja Marcel renn mal nicht so weit vor Weiter hoch Grün der Mutige Oh Scheiße Hier ist uns Schluss Oh schade Was tut denn? Er ist runter gefallen Weil ich meine Waffe ausgeholt habe Bist du tot? Und da kriegt der Grün seine Sachen wieder Ah man jetzt mich zufrieden Falls jemand ne Batterie braucht Doch Im Moment nicht Ich hab nur eine von Marcel von gestern Abend Halb benutzt glaube ich Halb benutzt glaube ich Du musst das Zeug mal weg räumen Das sieht das auch aus ey Wie er rumrennt auf Unterhose Die Batterie nehme ich gerne Wohin ist denn jetzt hin? Ich will ein bisschen Platz machen Dann muss ich alles öffnen Ah wie das aussieht Hast du ein Problem mit mir? Und dann der Blick auf die Boxer schluss Danke 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 Meine die Hose fällt immer zu gut Das ist geil Ey wenn das jetzt einer sieht Aber so sieht das teilweise aus Die Stiefel, die Shorts Und ja Das ist die UN Und zack den Röchel davor Das sieht alles gut aus Die Hose anziehen Also Marcel Also der Bandages braucht Da ist was zum Stachweisen Marcel? Ja Also dieses Bild jetzt gerade mit Alles an außer seine Army Hose Das gibt es nachher mal bei uns in der Facebook Gruppe ne? Ja das Zeugchen muss noch weg Das sieht doch jetzt geil aus Voll der Proll Das ist militärisch Im Sommer Militär oder? Da wandert er auf kurze Hose aber auch Wo rennst du denn schon wieder überall rum ey? Ja ich muss das Zeug weglegen Damit hier nicht im Weg liegt Wenn ich es zu nah wegwerfe dann Die Schuhe müssen auch Fick dich Pfff Wenn das jetzt einer sieht hier irgendwo ey Grün macht Modenschau Hier sehen sie unsere Sommerkollektion Der NATO Ach ne der UN Mode Ja geil Meine ganze Leistung muss ich neu ausrichten Juchum ich hab grad endlich jemand angeschrieben Neisel Ja Such die Er ist nur neidisch Der gewünschte Spiel Paar Ne Ist leider nicht Ver Ver Fügbar War das abgeschickt? Ja Gut Habe ich immer geschrieben Marcel ne Ist das kaum gleich? Kommt hier irgendein Assi um die Ecke gelaufen Boom Nein Nein Wie ging denn das noch? Was? Was hast du denn vor? Ich kletter mal auf den Turm okay Äh wo kletterst du denn? Du Ach sei er da Du bist ja Die Leitung Ne bei mir gehst du grad wieder runter Lass uns mal Richtung Rittchen soll nicht die bewegen Phil den Dippen jetzt umbringen Da Obe Genug Stelle Oh Aua Der Grüne fliegt Ist er ja grade Hey hey Toll Komm springt Wir sind jetzt Wir sind jetzt So ziemlich im Zielgebiet Ich bekomme dass er irgendwie recht lang gelaufen ist Und auch ein Soll nicht elutet Also wie gesagt Dunkle Haare Dunkle Haare, dunkle Haut, dunkles F-Shirt Ah Lanza du musst äh ZZ Du musst ZZ vor deinen Namen machen ja Kannst du ingame unten rechts Ingame unten rechts kannst du reinklinken jetzt Eckige Klammern und darin ZZ und hin Ja Aua Und da zwischen und Zwischen deinen Namen und den Klammern musst du ein Minus machen Und da hat der Grüne immer noch nicht gemacht Nein Ja grün 88 Was ist wenn ich da geboren bin AC Was ist schön Wo ist denn der schwarze Typ Hinter mir Oh ne das bist du Das ist aber ein weißes Dunkle Haare Dunkles Oberteil Helle Hose Achso aber nicht dass ich Nicht dass ich gleich aus Versehen auf Marcel schieße Weil du gesagt hast ich solle auf den schwarzen schießen Wartet mal kurz Komm an die Halt Nicht schwarzes Oberteil Und nicht schwarzes Riesenteil in der Hose Dann bräuchte ich auch nicht auf Marcel schießen Ey wieso zielst du? Ah ne doch nicht Ich hab mich gefühlt das doch auch gestorben ist Die Blutungen verursacht durch Faustschläge Vorwärtsmarsch hast du vergessen Egal das ist mein Zugtruppführer Regt eure faulen Ärsche Sind wir hier der Zugtrupp? Ja ne? Ah? Sind wir hier der Zugtrupp oder? Äh Sind Söldner Bei uns gibt's sowas nicht Gerade eben haben wir ja erste Bergung für dich Jetzt jagen wir Menschen Hier beruhe ich euch jetzt alle mal Ähm Ähm Hashtag Swag Wo bist du? Warte Ähm mein Charakter ist nicht tot Da hast du Glück gehabt Das ist wahrscheinlich ein älterer Ich hatte auch einen Eine Woche alten Ähm Äh Hallo? Hallo? WTF? WTF? Ja ich hab ähm Das einzige Also LOL Ähm Ich hab zwar alles noch Aber von meiner Waffe fehlen irgendwie meine ganzen Aufsätze Bis auf die Taschendampe Deswegen Deswegen hast du auch einen älteren Charakter Und ich auch Ach So So meins ist ein alter LOL NEIN Das ist noch Das ist noch mein allererster alter ALTO Das ist mein aller LOL Fick dich Привет Mein Name ist Dimitri So wo seid ihr jetzt? If someone is in this town Please get out Moment wo bin ich denn dann jetzt? Ach ich bin Ach ich bin bei Green Mountain Ah Wo seid ihr hier? Äh 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 Nordküste wollte ich sagen Südküste glaube ich Oder Ostküste Keine Ahnung Also Zuletzt nicht Kontakt hatte ich ihn ja Soll nicht nie Ich bin von The generation UN military troop Das ist so geil I want you to stop running Or I will start shooting Stop running I said stop running Das war geil Okay I give you 5 seconds If you don't stop running We will start engaging Okay This was 5 seconds Das ist so geil Das ist so geil Das ist so geil Boom Schöner Headshot Der war geil, wa? Ey das hat die Batterie, geil Die nehm ich gleich mal mit Never fuck with China, Russia and UN military troops Warte mal, ich muss mir einfach da runterscrollen Aber die Batterie nehm ich mit Warte mal, ich muss mir einfach da runterscrollen Ich lau, ich lau erstmal nach Celeno in die Baracken, Alter Ah man ey Wieso ist das ein alter Charakter, warum? Wieso ist das ein alter Charakter, warum?